Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, ein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal über den dänischen bzw. skandinavischen Kleidungsstil oder anders gesagt, ja, was ich so wahrgenommen habe, wie die Dänen innen hier so rumlaufen. Deswegen mach es dir gerne gemütlich und da wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir haben es uns hier schon schön gemütlich gemacht. Mit wir meine ich meinen Kater Henry, der gerade zwischen mir und dem Mikrofon liegt. Edgar, der gerade auf dem Katzenklou war und die gemütliche Atmosphäre ein bisschen ruiniert hat. Und ich. Und draußen prasselt der Regen. Beziehungsweise, nein, er prasselt nicht. Draußen regnet es, aber es ist so ein ganz sanfter, so ein seichter Landregen. Mag ich eigentlich richtig gerne. Genau, und ich sitze hier an meinem Tisch und schaue raus in den Regen und auf die Pferdekoppel und genieße so ein bisschen die Aussicht. Bis eben habe ich auch noch die frische Luft genossen. Jetzt habe ich das Fenster zugemacht und dann ist Edgar aufs Klo gegangen. Aber egal, also denkt ihr das einfach weg. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Wir haben es jetzt gerade Nachmittag. Ich denke mal, ich werde nach der Aufnahme dann auch nochmal einen kleinen Spaziergang im Wald machen. Das finde ich immer richtig schön. Gerade wenn es regnet oder nach dem Regen, da ist die Luft immer so richtig schön klar. Deswegen, ja, alles in allem, ein sehr, sehr gemütlicher Nachmittag, den ich jetzt sehr gerne mit dir hier verbringe übers Mikrofon. Und bevor ich anfange, muss ich mich auf jeden Fall ganz doll erstmal bei dir bedanken. Für all die lieben Nachrichten, die mich immer reichen. Für die super lieben Bewertungen überall und auch super viele. Total verrückt. Ich habe neulich mal wieder bei Spotify geguckt und konnte es kaum glauben. Also vielen Dank für all deine Unterstützung. Egal ob bei Spotify oder bei iTunes oder auch bei YouTube. Auch total cool. Alle, die den Podcast über YouTube hören und dann ein liebes Kommentar drunter hinterlassen, da freue ich mich auch mega doll drüber. Und natürlich auch über die ganzen Nachrichten bei Instagram. Ich liebe, liebe den Austausch mit dir und deshalb vielen lieben Dank, dass du wieder dabei bist und deine kleine Hücke aus Zeit mit mir verbringen möchtest. Mir hat neulich eine Podcast-Hörerin geschrieben, dass sie meine Podcast immer zum Einschlafen hört. Das finde ich richtig cool. Das ist nämlich voll das große Kompliment für mich. Also voll die Ehre. Denn, also bei mir ist es so, ich wähle ganz gezielt aus, was ich direkt vor dem Einschlafen noch in mein Unterbewusstsein lasse. Weil, ja, alles, was du beim Einschlafen hörst sozusagen, das geht direkt ins Unterbewusstsein. Und damit beschäftigt man sich dann auch nachts. Deswegen, ja, kleiner Appell an dieser Stelle, nicht so wie ich das früher gemacht habe, irgendwelche True-Crime-Podcasts oder so zu hören. Das habe ich früher geliebt. Aber als mir dann bewusst wurde, dass man diese Gedanken quasi mit in den Schlaf nimmt, weil die Gehirnwellen sich da verändern und man, ja, diese Sachen so leichter ins Unterbewusstsein kommen, habe ich das radikal gestoppt. Also nicht reduziert, sondern komplett gestoppt. Wie auch immer, das war jetzt ein großer Bogen, um mich auf jeden Fall zu bedanken, dass du meinen Podcast vielleicht sogar beim Einschlafen hörst. Richtig cool. Dann hoffe ich mal, ja, dass du mit meinem Podcast gut entspannen kannst und jetzt vielleicht gleich in den Schlaf hinein gleitest. Aber bleib noch ein bisschen dran, denn wir sprechen heute über den dänischen Kleidungsstil bzw. wie ich so wahrgenommen habe, wie die Dänen innen hier so rumlaufen. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt und auch in der letzten Podcast-Folge, dass mich hier der Kleidungsstil so sehr inspiriert und dass ich Stunden in einem Café hier sitzen könnte, irgendwo in Kopenhagen oder sonst wo, und einfach nur die Leute beobachten könnte, weil es ist wirklich unendlich inspirierend. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt, ich habe ja damals in Frankfurt gelebt, ob ich jetzt in Frankfurt durch die Straßen laufe und mir da die Leute angucke oder hier in Dänemark. Das ist wirklich ein Unterschied und mich inspiriert der Kleidungsstil sehr. Deshalb habe ich gedacht, ich lasse dich einfach ein bisschen daran teilhaben und quatsche halt mal ein bisschen über so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die hier gerade so in Mode zu sein scheinen, damit wir uns den dänischen Kleidungsstil ein bisschen nach Hause holen können. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang drum rum, sondern fangen direkt an. Punkt Nummer 1, der war vor allem direkt hier vertreten, als ich angekommen bin, da war dann nämlich, ja, direkt Sommer. Ich bin ja Ende Mai hier angekommen und sozusagen direkt zum Anfang des Sommers. Und was man im Sommer nun mal oft trägt, sind Kleider. Und was man hier super oft sieht, sind Blümchenkleider. Und zwar in allen möglichen Formen, Längen und Varianten und Farben. Ähm, also von lang bis hin zu kurz, bis hin zu so Blüschärmeln oder so Wickeloptik. Ähm, und da sind dann eben meistens eher so kleinere, zarte Blümchen drauf. Also generell sind die Kleider eher so zart und, ähm, ja, in allen möglichen Farben. Also mich zum Beispiel spricht Babyblau total an. Ich bin, ähm, seit ich hier angekommen bin auf der Suche nach einem Babyblauen Blümchenkleid, ähm, möchte es aber unbedingt Secondhand kaufen. Deshalb, ähm, ja, gebe ich mir Zeit, bis ich irgendwann mal Secondhand eins entdecke. Ähm, aber auch, ja, grün oder rot oder gelb oder was auch immer du für eine Farbe da bevorzugst, da, äh, hat man echt in allen möglichen Farben und Formen hier die Kleider gesehen. Und ich finde, das macht total gute Laune, wenn man hier so durch die Straßen schlendert und einem ganz viele Blümchenkleider entgegenkommen. Wie gesagt, in allen möglichen Farben ist so ein bisschen wie so ein Blumenmeer fast schon. Richtig schön und gerade, ja, wenn man an so einem schönen sonnigen Tag in der Stadt ist, ähm, ja, dann macht das einfach richtig glücklich, überall diese Blümchenkleider zu sehen. Man sieht die auch, ähm, überall in den Shops. Also wenn du hier durch die Einkaufsstraße schlenderst, dann siehst du eigentlich auch bei jedem Shop gefühlt, ähm, Blümchenkleider hängen. Aber, ja, wie gesagt, möchte ich am liebsten eins Secondhand kaufen. Es sei denn, mich spricht eins so wirklich komplett an, ähm, ja, dann würde ich es auch so holen. Aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Jetzt haben wir auch schon Mitte August. Also wer weiß, ob ich dieses Jahr noch eins finde. Aber wenn nicht, dann schaue ich einfach nächstes Jahr. Ähm, aber, ja, das war auf jeden Fall so ein Punkt, der mir als erstes hier aufgefallen ist und auch, ähm, so ein richtig schönes Kleidungsstück ist. Ja, dann der nächste Punkt, der ist mir auch schon hier aufgefallen direkt, als ich hier ankam. Und zwar sind es, ähm, Pullis, die man sich umwendet. Also sprich, man trägt hier zum Beispiel Sneaker oder, ähm, Birkenstocks oder Sandalen, eine ganz normale, äh, lockere Jeans, ein weißes T-Shirt oder so und dann so ein Pulli um die Schultern getragen. Das finde ich, abgesehen davon, dass es mir auch optisch sehr gefällt, auch mega praktisch, weil dann ist man nämlich, äh, ja, für alles gewappnet. Und gerade hier, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass man dem Wetterbericht nicht vertrauen kann. Also echt, manchmal zeigt er hier an, Sonne, Wolkenmix, dann regnet's. Manchmal zeigt er an, es regnet und dann scheint die Sonne. Deswegen ist es echt perfekt, gerade hier für den Norden, wenn man sich so einen Pulli umbindet. Und, ähm, ja, dabei kann es sich um alle möglichen Pullover handeln. Mein Favorit sind auf jeden Fall Wollpullover. Und, Fun Fact, ich habe mir in der zweiten Woche, also direkt nach zwei Wochen, als ich hier war, auch so einen Pullover gekauft aus Wolle von And Other Stories. Und er ist so schön, in einer richtig schönen Qualität und in so einem Beige-Ton, also genau meine Farbe. Und ich habe den hier, ähm, auf einem Flohmarkt gekauft für, ähm, umgerechnet 3,50 Euro. Ich, also total verrückt. Und wie gesagt, er hat so eine schöne Qualität. Und genau den stelle ich mir so schön vor, wenn man sich den eben umbindet in, wie gesagt, gerade, was ich, ähm, also wie ich es mir vorstelle, mit Birkenstocks, einer hellen Jeans, einem weißen T-Shirt und dann einfach den Pulli umgebunden. Und schon hat man ein stylisches, äh, dänisches Outfit, kann man sagen. Gerade, wenn man so am Meer wohnt, ist das natürlich mega praktisch, äh, weil es dann ja auch öfter mal windig ist. Ähm, deswegen finde ich das echt super. Und was mir jetzt in letzter Zeit noch öfter aufgefallen ist, das finde ich vielleicht fast noch cooler, aber das habe ich selbst noch gar nicht ausprobiert. Ähm, ich sehe immer öfter, dass dieser Pulli nicht nur um die Schulter einfach gebunden wird, sondern so schräg. Also, sprich, die eine Seite ist über der Schulter und die andere unter der Schulter. Aber das sieht man super oft hier und, ja, ich finde es irgendwie cool. Wie gesagt, ähm, machen die einen das mit Wollpullover und die anderen machen das aber ganz normal mit so Sweatern. Also, eigentlich alles, was lange Ärmel hat, ähm, vielleicht auch eine Strickjacke oder so. Aber, genau, das sehe ich hier ganz oft und du wirst mich auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch damit rumlaufen sehen. Übrigens, ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass es eh total inspirierend ist und mich auch total inspiriert. Also, ähm, ich habe jetzt schon nach den paar Wochen, wo ich hier bin, gemerkt, dass sich jetzt schon mein Kleidungsstil verändert hat, weil ich das einfach so inspirierend finde, wie die hier alle rumlaufen und, ähm, ja, ich jetzt schon merke, wie das auf mich abfärbt. Also, total witzig. Ähm, ja, das hatte ich jetzt in Deutschland nie so in der Intensivität, aber das war mir eigentlich schon vorher bewusst, weil, ja, wie gesagt, also manchmal kommt man sich ja echt vor, als würde man so auf einer Modenschau rumlaufen, aber nicht irgendwie fancy oder so, sondern halt einfach, einfach schön, einfach schlicht und schön, genauso wie der skandinavische Stil eben ist. Ich habe ja auch schon mal eine ganze Folge zum skandinavischen Kleidungsstil generell gemacht. Wenn du möchtest, kann ich die ja mal in den Shownotes verlinken, dann kannst du da auch nochmal reinhören. Das war, glaube ich, eine der ersten Podcast-Folgen, Folge 9 oder so. Also, äh, ja, da höre ich mich bestimmt noch ganz anders an. Kannst du mich mal wissen lassen, falls du dir die anhörst. Ich wette, meine Stimme klingt dann noch ganz anders. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, der macht mich so glücklich, weil auch da habe ich nämlich ziemlich am Anfang schon mal drüber gesprochen, spätestens jedenfalls in der, wie man eben auch bei Regenwetter glücklich ist, Folge, die kann ich auch mal verlinken. Und zwar habe ich gesagt, dass es nichts Praktischeres für mich gibt, als so einen Hut bei Regenwetter, weil gerade im Sommer hat man ja nicht immer eine Jagd mit Kapuze an. Und, ähm, ja, wer eine ähnliche Haarstruktur hat wie ich, der kennt das Problem mit regnerischem Wetter. Und ich habe immer gesagt, es wäre so cool, wenn diese Regenhüter mal in Mode kommen würden. Ähm, und das ist jetzt hier so ein bisschen passiert. Also, es sind zwar leider nicht diese typischen, ähm, durchsichtigen Regenkappen da, äh, in Mode, die, ähm, meine Oma wahrscheinlich früher getragen hat. Die finde ich nämlich tatsächlich immer noch am Praktischsten. Aber ich, ich kann auch noch ein paar Jahre warten, bis die dann wieder in den Rennen kommen. Ähm, nee, es sind so diese Bucketheads, sag ich mal. Und ich habe mir tatsächlich letzten Sommer so ein Buckethead bei Vinted bestellt von Samsö Samsö. Es ist so ein schwarzer und dann steht da mit weißer Schrift eben ganz filigran und unauffällig Samsö Samsö drauf. Also ein sehr, sehr cooler Buckethead. Ähm, und als ich hier ankam, konnte ich es kaum glauben, dass man die hier gesehen hat. Also, zuerst habe ich es bei meiner Gastmutter gesehen. Ähm, die ist übrigens, ich finde, Gastmutter klingt immer so, als wäre sie schon deutlich älter als ich. Aber tatsächlich ist sie nur ein paar Jahre älter als ich. Ich glaube, sie ist Anfang 30. Ähm, jedenfalls habe ich bei ihr diesen Buckethead. Also, also nochmal zurück. Sie ist Anfang 30 und hat den inspirierendsten Kleidungsstil überhaupt. Finde ich mega inspirierend. Und eigentlich kann ich mir sicher sein, wenn ich was an ihr sehe, dann ist das auf jeden Fall auch hier so im Trend. Also, ich habe hier meine Inspirationsquelle direkt auf der Form, kann man sagen. Und sie hat eben zu Beginn des Sommers diese Bucketheads rausgeholt. Also diese Anglerhüte. Und ich habe gelernt, hier in Dänemark heißen die Böllehut. Und ja, sie hatte den auf und hat mich damit total motiviert, meinen auch zu tragen. Und ja, jetzt laufe ich hier immer mit meinem Böllehut rum. Und habe somit meine Kopfhaut geschützt, meine Gesichtshaut geschützt. Ähm, schwitze nicht zu sehr. Ähm, und sehe stylisch aus. Also perfekte Komme. Mich freut das richtig doll. Deswegen, ja, falls du dir auch schon mal immer so einen zulegen wolltest, dann ist jetzt die Chance, die einzuholen und damit direkt noch skandinavisch gekleidet zu sein. Ähm, und ja, ich finde das gerade cool, wenn sowas auch in Mode kommt, sage ich mal, weil Kopfbedeckung einfach mega wichtig ist. Meine Hautärztin hat mir nämlich schon vor ein paar Jahren, ähm, gesagt, dass ich bitte unbedingt immer einen Hut oder eine Kopfbedeckung tragen soll. Und ich habe mir damals noch gedacht, ja toll, das ist aber voll schwierig umzusetzen, weil mit einem Strohhut sehe ich mich jetzt nicht so wirklich rumlaufen. Kappen, da hatte ich bisher irgendwie auch noch nicht so wirklich Glück, wobei ich jetzt langsam die Vermutung habe, dass die einfach nur die falsche Farbe für mich hatten. Es war nämlich dunkelblau. Ich glaube, das ist einfach nicht so meine Farbe. Vielleicht sollte ich es mal mit einer beigen Kappe probieren. Ähm, und dann eben diese Bucketheads, die ja jetzt zum Glück im Trend sind. Also, finde ich richtig cool. Ähm, und meine Gastmutter hat übrigens auch einen schwarzen und einen aus so einem Jeansstoff. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, genau. Wir können hier direkt eigentlich mal beim Kopf bleiben. Was man jetzt hier nämlich auch richtig oft sieht, sind Haarspangen. Und zwar diese großen Haarspangen, die man in den 90ern auch immer getragen hat. Was sind die 90er? Aber du weißt, was ich meine. Einfach so größere Haarspangen eben. Und, ähm, ja, die haben dann hier alle so einen lockeren Dutt hinten geschlungen und dann so eine Haarspange drin. Einfach so ganz locker lässig. Dazu dann noch diesen Pulli umgeschlungen. Also, ähm, genau. Und die sieht man hier sehr, sehr oft. Und zwar in allen möglichen Farben und Varianten. Also, manche haben so einen Schimmer, manche sind einfach beige, manche sind mit einem Muster. Also, da kann man sich echt komplett austoben und die, ähm, ja, sich die Spange zulegen, die einem am besten gefällt oder die zum Outfit passt oder irgendwie so. Und wir waren neulich auch in der Stadt unterwegs und da haben wir tatsächlich auch so einen ganzen Spangenladen gesehen, der nur diese großen Spangen verkauft hat hier in Kopenhagen. Das war auch, ähm, irgendwie ganz witzig. Also, ja, falls du sowas noch nicht hast. Ich hab tatsächlich keine hier. Ich muss mir jetzt auch unbedingt mal eine zulegen. Ich bin, äh, ich muss erst mal schauen, ob ich da mit ne Frisur hinkriege. Aber prinzipiell, ähm, finde ich das sehr angenehm. Ich weiß von vielen, dass sie Spangen angenehmer finden als Haargummis. Ich trage immer hier diese Telefonkabel Haargummis. Mit denen komme ich super klar. Ähm, möchte aber unbedingt auch jetzt mal so ne Spange ausprobieren, weil ich, äh, ja, auch da, äh, auch da, wie bei einem, äh, wurde ich schon angefixt. Und, ähm, ja, muss mal schauen, ob ich jetzt vielleicht irgendwo ne schöne Haarspange für mich finde, mit der ich dann meine Haare zusammenwenden kann. Dann, ähm, können wir mal vom Kopf komplett ans andere Ende des Körpers gehen und zwar zu den Füßen. Denn, wir kommen zu den Schuhen und was ich hier ganz oft jetzt sehe, sind Birkenstocks. Also, hier tragen wirklich super viele Birkenstocks, egal ob, äh, Männer oder Frauen. Also, alle tragen hier diese Birkenstocks. Ähm, was ich jetzt ganz oft gesehen habe, sind die mit den zwei Riemen. Ähm, und dazu tragen die dann, wenn es ein bisschen kühler ist, äh, die Strick, also Strickpullis. Also, anders ausgedrückt, ähm, selbst wenn es ein bisschen kühler ist, tragen die trotzdem noch Sandalen und ziehen sich halt dann dafür obenrum wärmer an. Das habe ich jetzt schon öfter beobachtet. Genau, also anstatt Sneaker schon zu tragen, tragen die so früh oder so lang wie möglich, ähm, Birkenstocks. Das habe ich nämlich schon gemerkt, als ich mit meinen Eltern in Lieselai war. Da war es ja super, super, super stürmisch. Da bin ich mit meinen Gummistiefeln rumgelaufen. Und da hatten echt, also du hast genau gesehen, wer ist hier Däne und wer ist Tourist. Weil du hast die Dänen einfach daran erkannt, dass die mit den Birkenstocks rumgelaufen sind. Und die hatten dann halt oben, wie gesagt, die Strickpullis an, aber die Birkenstocks. Und das finde ich richtig cool. Ich habe das dann auch, wenn wir dann zum Bäcker gelaufen sind, habe ich mir dann auch meinen Wollpulli angezogen. Und da war dann unten die Birkenstocks. Und ich muss sagen, ich mag auch das voll gerne. Also man friert dann auch nicht. Und ich laufe eh voll gerne in meinen Birkenstocks rum. Von daher denke ich mal, dass ich die dieses Jahr so lang wie möglich hier tragen werde. Und was ich jetzt auch ganz oft schon gesehen habe, sind geschlossene Birkenstocks. Ich glaube, die kennt man hauptsächlich von so Arztpraxen, würde ich jetzt mal sagen. Aber die sind hier meistens in so einem Taub. Und ja, auch da wieder T-Shirt, Jeans, die Birkenstocks und fertig ist dein Outfit. Und auch das finde ich ganz praktisch. Gerade jetzt, wenn es ein bisschen kühler ist und man vielleicht keine Lust mehr hat auf offene Schuhe, dann ist das eigentlich die perfekte Lösung für den Übergang, wenn man noch keine Lust hat auf Sneaker. Deswegen finde ich auch diesen Trend sehr, sehr schön. Und ja, mal gucken, ob ich mir irgendwann auch noch die geschlossenen Birkenstocks zulege. Finde ich auf jeden Fall, ja, auch sehr, sehr stylisch. Genau, ja, das waren jetzt so die Punkte, die ich mir notiert habe, die mir hier aufgefallen sind. Es ist, wie schon vermutet, alles tendenziell eher sehr schlicht hier. Wie gesagt, einfach Jeans, T-Shirt und schon ist man angezogen. Also typisch skandinavischer Stil. Weniger ist mehr. Fühle ich mich sehr, sehr wohl hier und ist auch genau mein Stil. Also finde ich supi. Ich kann ja auch nochmal eine Folge machen, jetzt wo es hier gerade regnet, zum Regenwetteroutfit. Weil hier, also wo ich wohne, regnet es schon sehr regelmäßig und auch, ja, mal über längeren Zeitraum. Wie gesagt, jetzt ist gerade hier so ein Landregen. Und auch da, ja, finde ich, also ich finde einfach die Seen auch bei Regenwetter total stylisch und stilsicher aus. Finde ich richtig cool. Ich hoffe, das färbt ein bisschen auf mich ab. Genau, ja. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich eine Runde spazieren gehen. Ich schmuss jetzt aber erst noch ein bisschen hier mit meinen Katzen. Und dir wünsche ich noch einen angenehmen Abend oder Tag, je nachdem, wie viele Uhr wir gerade bei dir haben. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und eine Umarmung und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Hi, hi. Hi, hi.